die Kälzen drauf gekommen dass ich weg bin so leid dass ich gerade wieder etwas weniger kommentieren aber das ist ganz so spannend Fakakakakakakak zurück hier links rüber ganz schnell ja wo muss ich eigentlich hin ich verstehe das jetzt gerade überhaupt nicht ich renne hier einfach die ganze Zeit entlang irgendwo wo ich einen Weg finde ich glaube der hat mich gesehen hat er hat er hat er hat er hat er hat er oh mein Gott oh mein Gott mein Gott was war das jetzt bin ich jetzt gestorben okay okay ich muss ja wieder er zu richtigen Zeitpunkt muss ich hier wahrscheinlich E drücken wenn das nicht ist oder leer oder Maustaste ich checks nicht ich wir kommen zu einem neuen Let's Let's Fail Tomb Raider ich verstehe kein Russisch und gefällt okay aber ich kann das mit Maustaste aktivieren aber ich sterbe gerade recht gern also rössig rössig komm schon komm schon komm schon jetzt 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 es geht nur auf einem richtigen Moment muss es passen ja nicht okay aber warum nicht oh man ich check's nicht noch einmal noch einmal und und zack warum hat das jetzt nicht gepasst ich hasse es oh man wie geht das jetzt ich bekomme nicht mal eine Erklärung erste mangelnde Punkte in diesem Spiel mein Gott können wir doch hier nicht eine Aufgabe stellen ohne dass sie mir erzählen wie das funktioniert jetzt ja wo muss ich da jetzt Leertaste drücken ey es ist doch echt zum kotzen hier im kleinen Kreis im großen Kreis gar nichts drücken und trotzdem verlieren egal wo ich drücke ich verliere ja fail ok nice oh mein Gott ist das lästig ich will doch nur zocken hey aber Sniffy du zockst doch gerade und konzentrieren und konzentrieren und konzentrieren jetzt geht's los jetzt geht's los ist doch egal ich muss Maustaste drücken ok ich muss die Maustaste drücken das habe ich jetzt erkannt ich habe es jetzt mit Leertaste und mit E probiert und ja ey du geh rein ne zäle mich ich ich das war doch schon im gelben Bereich wo muss ich klicken im großen Kreis im kleinen Kreis man weiß es nicht geh behindern aber ich kann doch nicht so schnell reagieren da brauche ich doch reflexe in der mücke hier ich weiß nicht wann ich klicken muss oh man ist das zum kotzen ich dreh gleich durch hier hey d er könnte dabei er wills lieben weg ja blablabla russisch ich weiß nicht wann ich drücken muss drücken muss drücken muss ich weiß nicht wann ich drücken muss das geht mir auf den sack und die dritte bürger mit ihr schliebe ideen durch die das war schon ganz ganz knapp ganz ganz knapp ich schätze ich muss den äußeren kreis erwischen aber man weiß es nicht die die dritte bürger eine und eine noch einmal das war jetzt genau oben um ein gott war ich ihn das regt mich jetzt gerade so auf wieso ich weiß auch nicht mehr was ich hier tun soll Meine Fresse. Okay, innen ist anscheinend ganz verkackt. Außen verkackt. Ich schätze mal, ich muss genau den äußeren Kreis treffen. Weiß ich aber nicht. Das ist gerade etwas lästig, ja? Hier kommt dann ein Rufzeichen. Muss ich vielleicht den inneren Kreis ganz genau treffen, wenn das Rufzeichen da ist? Oder heißt das Rufzeichen automatisch, du hast verkackt? Oder muss ich drücken, wenn das Rufzeichen aufrechtert? Das könnte auch sein. Das probiere ich jetzt mal aus. Wenn das Rufzeichen auftaucht, drücke ich. Das hat echt was mit dem Rufzeichen zu tun. Sobald ich es sehe, muss ich sofort drücken. Das könnte es jetzt sein. Das ergibt sogar Sinn. Einfach mal probieren. Meine Fresse, ich schaffe es nicht. Ich weiß nicht, was ich hier tun muss. Und deswegen verkacke ich. Hey, du! Gehti, komm! Lass mich nicht schreien! Hm. Probieren wir nochmal. Ich brauche jetzt eine kleine Pause. Ich bin gleich wieder da. Gut, und da sind wir auch schon wieder. Ich habe jetzt einfach mal kurz eine Pause gebraucht, denn... Ich halte es nicht mehr aus. Ich habe es nicht mehr ausgehalten. So, jetzt probieren wir was. Ich weiß nicht, ist das so ein Rufzeichen oder ein Eins? Schauen wir mal, was da bei dem Rufzeichen steht, das da kommt. Hier steht ein Rufzeichen. Ich weiß nicht, was ich bei Rufzeichen drücken muss. Ich weiß es einfach nicht. Ich probiere einfach mal... Die Leertaste. Hatte ich, glaube ich, noch nicht. Leertaste. Komplett falsch. Aber ich verstehe es nicht. Ich probiere nochmal E. Dann probiere ich, wie heißt D aus. Ich probiere es einfach mal Eilis. Das kann doch nicht so schwer sein. Ich check's nicht. Ich check's nicht. Ich check's nicht. Ähm... Ja, was hat man da noch zu sagen? So, hier sind wir wieder. Ich weiß nicht, was hier gerade los ist. Das ist einfach so ein stressig getimtes Quick-Time-Event, dass ich es einfach nicht hinbekomme. Ich weiß nicht, ich habe Reaktionszeit wie... Ich habe eine Reaktionszeit wie ein Wiesel. Ein blindes Wiesel, ein taubes Wiesel, das gerade auf der Straße liegt. Plattgefahren von einem Auto. So eine Reaktionszeit habe ich. Meine Fresse. Dann probieren wir es nochmal. Und eins, zwei, drei. Wieso passt das nicht? Meine Fatsse. Fatsse. Ach... Ich will doch jetzt nicht das Letzt Playwing die Szenier beenden. Ich weiß nicht, wann ich drücken muss. Hätte man doch irgendwo klären können. Das erste Mal drehe ich live auf YouTube durch. Oh mein... Ne... Fatsse. 3, 2, 1. Ich bin noch in diesem Kackkreis jetzt. Ich habe mal jetzt auf das Geräusch, das ich höre. Vielleicht springt das mal. Gernomine... Egal was ich mach. Maria. ja so sacker kurze fix noch mal ja ich bin wirklich schlecht okay das das geht das heißt ich kann mal nicht auf den ton hören ich muss wirklich irgendwie irgendwas hier bei dem kreis machen aber das steckt doch kein schwein sollte ich jetzt genau auf den äußeren kreis klicken können oder wie das schafft man nicht manu 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 man ist schon falsch ich verstehe es nicht wo muss ich denn sein bitte ich kann doch hier nicht millimeter genau drauf klicken können wer kann denn sowas dann muss man diesen scheiß wieder ansehen okay das war nicht aber was heißt das orange heißt das orange es war noch nicht das war nicht ganz schlecht oder wird sein ich weiß doch nicht mal wo ich hin muss das ist jetzt mal das haupt problem manu 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 hat willkommen zu einem neuen let's fail zum weiter jetzt schon 20 minuten in der gleichen szene ich bekomme es einfach nicht hin ich weiß nicht warum ich bin doch nicht zu dumm doch trotzdem schaffe ich es nicht das geht mir auf die nerven das wird nicht mehr aus so mache ich gleich die paus das können wir doch nicht auf einem millimeter teilen meine fresse wie sollte man denn das schaffen wie sollte man denn das schaffen okay ich muss wirklich auf diesen äußeren kreis ich muss auf den äußeren kreis ich habe es jetzt gesehen ich war jetzt ganz knapp außerhalb und es leuchtete gelb ich war ganz knapp ich muss es zum grün leuchten bringen das wird etwas dauern wie sich so was kann ganz ganz knapp ganz ganz knapp schön ruhig bleiben ganz schön ruhig bleiben das schaffe ich ich schaffe das ich schaffe das ich schaffe es das war einen millimeter zu weit draußen mein gott oh mein fresse ich kann das doch nicht hier auf dem ring genau timen können was verlangen die von einem let's player das ist doch unglaublich ich möchte das gern vergleichen mit konsolenversionen ob das da auch so abgeht millimeter ihr habt es gesehen ich war einen millimeter drunter einen millimeter ich fange aber jetzt die kunden zählen an sie auch ein bisschen zu zu spät das kann man nicht drücken können das ist doch Wow. Was verlangen die von einem? Ich hasse es gerade schon. Millimeter zu weit oben. Meine Fresse. Ich muss mich etwas beruhigen jetzt. Ist doch klar, man kann sowas nicht auf Anhieb schaffen, ey. Ich kenne sogar den Text schon auswendig. Oh, war ein Millimeter zu weit, äh, zu spät jetzt. Ich bin nicht... Fassel. Hey, sie. Bechadi, давай. Luchzini, zli mir. Lala, lala. Lala, lala. Ich war von ein paar Minuten noch gut drauf. Jetzt ist der Tag versorgt. Ah. Ich hasse es, wenn ich sowas nicht schaffe. Bechadi, давай. Luchzini, zli mir. Jetzt, ich fülle. Ach, hm. Ich probiere es noch fünfmal. Wenn es noch fünfmal nicht geht, unterbreche ich kurz die Aufnahme, echt. Bechadi, давай. Luchzini, zli mir. Jetzt fülle ich da. Okay. Okay, 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 okay. Ihr müsst mich hier bitte verstehen, Leute. Ihr werdet euch jetzt wahrscheinlich eins reinlachen. Wenn ich es im Nachhinein sehe, werde ich das auch tun. Aber jetzt, zur Zeit, ist das einfach nur zum Heulen. Ich schaffe es immer in den gelben Bereich, aber nö, passt der mich. Muss ich überhaupt in den äußeren Ring? Das kann man doch nie timen. Das kann man doch nie timen. Ich probiere jetzt ein bisschen weiter reinzugehen, so mittig. Vielleicht ist es das. So. In diese Richtung. Irgendwo. Ich weiß es nicht, das war jetzt zum Beispiel auch noch orange. Ich bekomme kein Ja, das war gut. Nein, das war nicht gut. Nein, Gott. Ich habe einfach Scheißröaktion, echt Scheißröaktion. Auf was muss ich sehen bei diesem Quicktime-Event? Auf was muss ich achten? Meine Fotze! Das ist mein Marno. Muss ich was tun, weil er seine Hand bewegt, wenn ich beim äußeren Kreis bin, beim inneren Kreis bin, mittendrin bin. Meine Fresse! Gut, kurze Pause. Ganz kurze Pause. Ganz kurze Pause. Wir sind gleich. Halleluja, bin ich wieder nach einer kurzen Pause. Ähm, ich habe mir jetzt nun, äh, die Beschreibung nochmal durchgelesen und bin darauf gekommen, aha, im Quicktime-Event muss man F drücken. Okay, dass das mit dem Mauszeiger dann fehlt, ist ganz klar. Ich habe jetzt 10 Minuten sinnlos verzockt. Ähm, ja. Ich werde das trotzdem in dem Part drinnen lassen, damit ihr mal seht, dass ich mich auch aufregen kann bei solchen Spielen. Aber jetzt sind wir wieder alle guten Dinge und werden das jetzt wieder machen. Denn dann wird das wahrscheinlich doch nicht so schwer sein, oder schon? Geht's nicht echt zu mir leicht. Jetzt, 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 jetzt. Oh, ist mir die Pistole, oder wie? Okay, okay, jetzt Headshot, Headshot, Headshot. Okay, das ging jetzt alles ein wenig schnell. Können wir aber besser. Okay, geht wieder von Fandos. War ja klar. Okay, dann ist das Quicktime-Event gar nicht zu schwer, eigentlich. Eher mehr witzig. Aber noch hat uns getrennt. Ja, du bist so. Und ich werde. Ich werde. Was denn? Oh!